Der ist so schön, ne? Ja, sehr schön. Aber der ist noch jung, ne? Ja, aber wie alt genau, kann ich dir auch nicht sagen. Fragen wir mal Senta. So einer wird mir rausgefallen. Ja. Mit Händen oder? Nee, erst mal ohne. Man muss sie ja erst mal nicht mehr verwirren, wenn sie das nicht kennt, das Frauchen mit Händen. Ja, gucken wir auch gleich. Lass ihn mal kriegen. Das ist, weil der Thorsten geknürgt hat, ne? Ja. Merkst du richtig? Jetzt habt ihr Respekt vor dem. Ich gehe mal in die andere Richtung, genau. Aber wem sage ich das? Ja. Ich gehe mal in die Richtung. Ich gehe mal in die Richtung. Ja, wir können da zusammen. Und die Mama kriegt ihn. Ja. Ja, du hast dich nicht angestrengt. Nein, er hat mich dir nicht kriegen lassen. Wie ein Wiesel. Ach, das war ein Witz, Karin. Was tut sie denn, wenn du dich nicht klein machst, um den Beutel zu kriegen? Wenn du einfach nur mal stehen lassen, auf deine Hand guckst. Sag es nochmal. Ja, dann nimm mal. Wie die Monika mir das beigebracht hat beim Leo, der hat den ja auch nicht abgegeben. Nee, ich sollte unter sein, hier drunter die Hand halten. Macht die Claudia ja auch. Aber sie legten ja auch immer wieder ab und sagt, da. Aber sie hat weniger Späts gemacht, habt ihr gesehen, als sie nicht in die Hocke jetzt gegangen ist. Weil wenn sie in die Hocke geht, dann geht die richtig wie ein bisschen in die Spielhaltung und knabbert drauf rum. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass es grundsätzlich anders war, aber gestern vielleicht. Und wenn sie nicht so entstehen kriegen, dann kriegen sie weniger als im Sitzen. Noch weniger. Ja. Aber das ist auch so ein röschisches Thema bei uns. Ich bin auch von so einer Kreisung drum, ein bisschen größer, ich bin schon sehr nah. Sehr schwer. Gut, beim nächsten Mal versuchst du so dann rauszurufen, ne? Also, man macht auch den Unterschied, ne? Den Beutel von der Hetzangel drückt er sofort ab, aber der Fütterbeutel ist halt... Ist halt der Beutel. Ja, genau. Ja, lass doch Dali stehen mit ihrem Beutel mal. Dann geh du doch mal jetzt hetzen, Senta. Ja. Ah, Vorstehen gehst du, guck mal, im Sitzen. Und du kriegst den. Das ist nicht der Beutel hier, ne? Das ist dein Ding. Dann darfst du sie jetzt nochmal schicken, oder? Du nimmst ihn. Ich würde den jetzt noch selber nehmen, oder? Ah, jetzt ist sie schon da. Ne, du standst oft allein. Ja, wunderbar. Siehste, super. Ja, wunderbar. Senta, beim nächsten Mal versuchst du sie rauszurufen, ne? Ob sie das gehört hat? Hat der Leo eigentlich gestoppt, als der Thorsten geknogt hat? Ja. Ich glaube, das haben wir auch auf Video. Ich seh hier nix. Warte, ich komme mal drüber. Ja, super. Ja, super. Ja, das übt ich leise. Ich glaube, das mag man. Ja. 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 Ja, daspect faith. Ja.